Mein Leute, willkommen zurück zu Matterfall, weil jetzt in der letzten Folge sind wir hauptsächlich gestorben in diesem Kack-Level. Wieso kommt man hier nicht weiter? Wieso sind die Lieder? Wieso kann der hier gar nichts? So schwer. Dabei ist es nur auf normal. Wollt ihr mit euch noch so ein Spiel spielen, das genauso aussieht? Oh scheiße. Ja, da ist nichts. Das gibt's doch nicht. Ich kann ja nicht mehr meine Fähigkeiten umeln. Mann, ist das Betrug. Entweder schlitt die Schminde nicht, tritt mich. Ich hab schon wieder sterben. Ja, das kotzt mich an. Ich bin schon tot. Ach, Kyodo Spiel. Dieses Spiel. Fucked up. He's fucked up. Motherfault. Ey, jetzt schon wieder. Ey, jetzt schon mal. Und ich bin schon wieder tot. Kämpfe ich mich durch? Bin ich tot? Kämpfe ich mich nicht durch? Bin ich tot? Kann ich eine Fähigkeit nennen? Nein, kann ich nicht. Die Finale fangen nicht durch. Ich bin Musik unter diesen Healkopf. Ich bin nicht los zu spülen. Was du gar nicht hast. Jedes Mal ich das mache was ich sage. Huch! Wie kein Level so kreiert werden, dass man sie fast nicht schafft. Wieso? Egal, das ganze Video nur noch sterben, 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 sterben oder wie? Das hört ab. Nicht mal Heilung kann ich kriegen. Atemagwort. Ja. Health Low. Health Low. Warum ist das so anstrengend? Weißt du was, wir machen jetzt... Wir machen jetzt was auf meine Art. Das heißt durchfremden ohne Ende. Egal, das letzte Spiel versteht nicht. Ja, das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend. Ach man. Das ganze Video endet nur noch mit Tod, 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 Tod ohne Ende. Was was, ich hab keinen Bock mehr. Wenn ich sage, nicht nach unten, gehst du auch nicht nach unten. Du bist echt so ein Kack-Videospieler. Das ist echt so ein Kack-Videospieler. Ja. Fick dich doch. Tut mir leid, aber ich muss das wirklich sagen. Das ist echt so ein Kack-Videospieler. Das ist so ein Kack-Videospieler. Das ist so ein Kack-Videospieler. Das ist so ein Kack-Videospieler. Das Spiel beruhig alles. Das ist so ein Kack-Videospieler. Multiplier lost, health low, overcharge ready, Multiplier up, Multiplier lost. Why took it so long? Why didn't you do that? 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 Zero g. Zero g. It's not strength, you have five. Health low, health low, zero g. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Oh. Oh, fuck. Multiplier lost. Health low. Get out of here. Oh, fuck. anstrengender schlige das ist ein anstrengender neben Okay, he shift. I'll forget what's happening. And then we go, he shift. And then we go. Zero G Multiplier down Multiplier lost Multiplier up Multiplier lost Multiplier lost We are not successful Ich rat mich auch schonmal mit dem Boss. Ah ja. Hat er eigentlich recht. Wir schaffen das doch. 1er. Okay. Verteidigungsschwarm. Sieh und erhalte Erde 2 gedrückt, damit deine Waffe materie... Materie... Oh ne, oder? Also ich weiß nicht, ob das ein Boss ist, weil ich sehe nur ein Kristall und dieser Laserwaffe, aber ich glaube, wo mehr? Das wäre einfach nur den... Ach du Schall... Oh fuck, das ist ja wirklich ein Boss. Und ist das geil. Oh, ist das geil. Ah, es ist ein Boss! Das soll ein Boss sein. Digga... Digga, warum so viel... Warum soll ich den hier eigentlich benutzen? Ich muss das jetzt mal verstehen. Aua. Ah, au. Achso, damit ich ihn enttrain kann... Ich muss erstmal da oben. Wababababababababababababab. Na kurz? Ok, so wird es gut. Yeah! Easy!